Musik Schön, dass ihr wieder dabei seid. In meinem heutigen Video mache ich einen Maiwipfelsirup. Musik Dazu haben wir uns in dem Wald aufgemacht. Musik Zur Herstellung des Maiwipfelsirup benötigt ihr die Triebspitzen von Tanne oder Fichte. Normalerweise sammelt man diese in April oder Mai. Da es aber dieses Jahr so kalt war, könnt ihr diese bis in den Juni hinein sammeln. Musik Die Triebspitzen befinden sich am Ende der Zweige und man erkennt sie daran, dass sie ein helleres Grün haben. Mit einer Gartenschere könnt ihr diese gut abknipsen. Für den Maiwipfelsirup benötigt ihr ca. zwei Handvoll Triebspitzen. Der Maiwipfelsirup ist ein altes Hausmittel und wirkt ausgezeichnet gegen Atemwegserkrankungen. Musik Zu Hause angekommen, gebt ihr die Triebspitzen in ein sauberes Glas mit Schraubverschluss. Musik Anschließend befüllt ihr das Gefäß mit 300 ml Wasser, verschließt es und lasst es bis zu fünf Tage an einem warmen Ort stehen. Musik Nach Ablauf der fünf Tage erfolgt nun der zweite Teil der Herstellung des Maiwipfelsirups. Musik Nun nehmt ihr die Triebspitzen mit dem Wasser und gebt sie in einen Küchentopf. Alles zusammen lässt ihr dann auf kleiner Flamme 15 Minuten lang kochen. Musik Danach die Flüssigkeit abfiltern. Musik Musik In das Schraubglas füllen und ein wenig abkühlen lassen. Musik Mit 250 Gramm Honig vermengen. Musik Schließlich alles gut miteinander vermischen. Der Maiwipfelsirup hält sich im Kühlschrank bis zu sechs Monate lang frisch. Musik Ja meine Lieben, das war nun die vegetarische Variante des Maiwipfelsirups. Wenn ihr eine vegane Variante wollt, schaut bitte in die Beschriftungsbox unter dem Video. Ich habe euch das Rezept dazu verlinkt. Musik Übrigens, sollten euch noch Fichten oder Tannennadel übrig geblieben sein, könnt ihr euch noch ein herrliches Badesalz davon herstellen. Das Rezept dazu habe ich hier auf diesem Channel schon einmal vorgestellt. Ich verlinke es euch hier an dieser Stelle noch einmal. Wie immer freue ich mich über Feedback von euch in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal, eure Kräuterhexe. Musik Musik Musik